Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, mehr zum Plan B zu sagen, aber ich bin fast der Meinung, das können Sie besser bei uns auf der Internetseite sehen, da gibt es genug drüber, ich glaube, ich würde gerne auch zu der heutigen Situation noch Stellung nehmen, weil sie eigentlich eine typische Situation ist und die hier sehr deutlich macht, wie unglaublich sauber sehr stark differierende Meinungen ausdiskutiert werden können, wenn das Intellekt und auch die Geisteshaltung hoch genug ist und schwingt und das habe ich hier heute festgestellt, das ist sehr gut gewesen, danke Ihnen dafür. Ich möchte mich berufen, weil ich jetzt wieder improvisiere, aber das ist bei mir bekannt, ich möchte gerne mich beschäftigen mit einem Thema, das nennt sich Mem, haben Sie das schon mal gehört? Mem, M-E-M, es gibt eine Memetik, das ist eine Wissenschaft, die setzt sich auseinander, mit dem Thema geistige Epidemien und geistige Viren, das passt außerordentlich gut, weil wir sind ja alle in bestimmten Paradigmen unterworfen und ich möchte hier auch gleich entsprechende Wissenschaftler zugrunde legen, weil ich jetzt ein bisschen improvisiere, die mir hier auch Pate standen, das heißt hier, ich habe die vergessen, das ist einmal der Richard Gregory, das ist ein englischer Psychologe, der hat also festgestellt, dass es nicht nur eine Intelligenz gibt, die wir brauchen, um zum Beispiel etwas zu bedienen, sondern wir haben auch potenzielle Intelligenzen, die wir daraus ableiten können. Was das bedeutet, sage ich gleich, Vera Birkenbiel, die nicht mehr unter uns weilt, eine brillante Frau, die sich mit dem Thema Bildung und Weiterentwicklung beschäftigt hat, steht hier natürlich auch Pate. Meme ist eine Wortkreation, die ist abgeleitet aus Memory und in der Verbindung mit einer Art Genetik. Wir sind alle bestimmten Memen unterworfen, das heißt bestimmten Paradigmen unterworfen. Birkenbiel hat zum Beispiel gesagt, wären wir beispielsweise jetzt vor 100 Jahren, nehmen wir mal an, wir gehen jetzt mal zurück geistig ins Jahre 1912 und ich würde sagen, Kamera ist an, Masturbation ist okay, Onanieren ist gut. Da hätten wir 90% der Leute hier sagen können, aus dem F11, welche Krankheit man dadurch kriegt, blind, was auch immer. Weil wir damals einer bestimmten Paradigmen, ich nehme bewusst so etwas Massives, weil wir damals ganz bewusst natürlich anderen Paradigmen unterlagen, als es heute der Fall ist. Bloß wir unterliegen heute fast ähnlichen, wenn nicht sogar noch gewaltigen Paradigmen und Dogmen und aus diesem Grunde müssen wir vielleicht einfach versuchen, etwas zu erkennen, weil, nehmen wir an, es gibt die sogenannte Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bitte jetzt darauf zu verzichten, zu sagen, die Realität macht jeder selbst und Wahrheit gibt es nicht und so weiter und so fort. Nehmen wir an, es gibt eine Wahrheit, das ist auf der einen Seite die wir als Realität und auf der anderen Seite ist die Wahrnehmung. Das ist die Wahrnehmung und von der Wahrheit zur Wahrnehmung, das sind wir auf dieser Seite, besteht ja letztendlich ein gewisser Übertragungsweg und in diesem Übertragungsweg werden permanente Filter eingebaut und diese Filter können unser gesamtes Empfinden und unsere Aufnahme und unsere Wahrnehmungsempfindungen maßgeblich beeinflussen. Und wenn man in der Lage ist, und das ist mir gerade so deutlich geworden, deshalb greife ich jetzt in dieses Thema spontan ein, dass man hier an dieser Stelle tatsächlich deutlich wieder merkte, welche Meme hier gerade verwandt wurden. Wie erkennt man Meme? Das soll unser Thema sein. Wir sind nämlich letztlich in der Situation, dass wir eigentlich unsere eigene Wahrheit haben und die versuchen wir nach außen zu repräsentieren. Und wir haben bestimmte Begrifflichkeiten, die negativ belegt sind oder positiv belegt sind. Nehmen wir das Wort Sekte. Eine Sekte. Ist es positiv belegt? So, wir haben jetzt hier, also bis hierher hat keiner ein Problem damit. Und das heißt, Sekte haben wir ganz bestimmte Vorstellungen, wir denken dann an irgendwelche Sektierer, die dann tatsächlich irgendwelche geistigen, massiven Einflüsse auf uns nehmen. Scientology als Wort. Aber Sekte kommt einfach nur von Sektieren in Form von Abspaltung. Also die evangelische Kirche ist eine klassische Sekte, um das ganz deutlich zu sagen. Nämlich eine Sekte der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat das geschafft, das Alles-oder-Nichts-Prinzip zu fahren. Entweder man kauft alles oder gar nichts. Da gibt es die griechisch-orthodoxen, da gibt es die russisch-orthodoxen und dann gibt es noch die ganz-orthodoxen. Die sind dann im Vatikan. Aber vielmehr ist da nicht los. Bei den Evangelen hat man da wesentlich mehr Unterscheidungen. Man hat viele Sekten eingeführt. Die evangelischen, die Apostolen und was es da so alles gibt und kreucht und fleucht. Aber das ist ja nichts erstmal grundsätzlich Negatives. Die große Problematik ist, die wir haben, wenn wir das versuchen wollen, eine solche Sekte zu unterbinden und das wird ja gerade ganz aktiv gemacht. Das heißt, es gibt Beauftragte, die sagen, wir müssen unbedingt überprüfen, wenn dort ein Kurs in der Volkshochschule angeboten wird, ob das keinen sektenartigen Charakter hat. Da gibt es Sektenbeauftragte mit VDI-Siegel und 9800-500-Zertifikationen und was nicht alles, weil man Angst hat, also wir sind zwar in der Lage zu wählen, wer für uns die Interessen vertreten darf draußen, ja vor wem eigentlich? Das ist auch immer so eine Frage. Wir haben ja, als Volk sollen wir ja der Souverän sein, gleichzeitig haben wir Volksvertreter. Aus welchem Grunde brauche ich denn einen Vertreter, wenn ich selbst die oberste Instanz bin? Vor wem vertreten die mich denn? Also da wird ja schon deutlich, was da so für Probleme entstehen. Aber wir sind natürlich dermaßen mit diesen Memen zukonfrontiert worden, dass wir es einfach kaum noch wahrnehmen, weil man bewusst solche Dinge natürlich auch einbauen kann und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir tatsächlich sehen, dass wir mal mit einem wesentlichen Wort anfangen und das sind die Viren. Viren. Wissen Sie, Viren ist auch so ein typisches Wort. Viren, Sie müssen mal im Vorfeld fragen beispielsweise, sagt mir mal was, was fällt dir ein zu Viren? Da sagt jeder, Krankheit, Tod, irgendwelche Schwierigkeiten, auf jeden Fall, ein Virus ist etwas Negatives. Und ich finde das Wort Viren, das hat Birkenbiel sehr schön gemacht zum Beispiel, das Wort Viren kann man wunderbar als Eselsbrücke nehmen. Das V steht quasi für ein Vehikel. Also nehmen wir uns das Virus, stellen wir uns einfach vor und das Virus hat die Aufgabe, letztendlich irgendwo hin und sich irgendwo anzudocken und sein Wissen zu übermitteln. Das ist die Aufgabe des Virus. Das nächste, was wir haben, ist natürlich die Information, die das Virus natürlich informiert, das heißt, dass durch das Virus, durch das Vehikel weitergetragen wird oder eine Idee. Das Ganze hat natürlich einen Replikationscharakter. Das kann man aber doppelt belegen. Es ist nicht nur Replikation einer Information, sondern das könnte man auch mit Risiko. Denn ein Risiko besteht natürlich, dass ein Virus eine einengende Wirkung haben kann. Dann wäre es zum Beispiel eine Krankheit, dann ist es negativ. Ja, das heißt negativ. Es kann aber auch beispielsweise eine positive Entwicklung haben. Dann ist es positiv. Wenn ich Ihnen einen lustigen Witz erzähle und Sie haben sofort Lust, das 20 Ihrer besten Freunde weiterzuerzählen, dann hat das epidemieartige Entwicklung. Das ist also doch nicht negativ. Das heißt, hier findet ein Virus statt. Das Entscheidende allerdings, was wir hier haben, ist, dass dieses Virus genau erkannt werden muss, ob es positiv, das heißt eine erweiternde oder eine einengende Funktion hat. Eine einengende wäre zum Beispiel ein totalitäres System oder eine Krankheit. Wenn es nämlich das nicht ist, dann wird es zu einem Werkzeug. Und ein Werkzeug, nehmen wir mal an die Entwicklung des Computers, braucht eine gewisse Intelligenz, nämlich sie zu bedienen. Rico weiß genau, wovon ich gerade rede. Und es ist so, diese Intelligenz, so ein Ding zu bedienen, ist die eine Intelligenz. Aber das Zweite, was daraus resultiert, ist eine potenzielle Intelligenz, nämlich, dass man aus diesem Computer, der vielleicht irgendwann mal nur Verwaltungsaufgaben erleichtern sollte, dass man diese Dinge letztendlich irgendwann zu völlig neuen Wegen bringen kann. Der Hammer, der mal erfunden wurde, um einen Nagel einzuschlagen, der ist irgendwann in der Lage gewesen, mit einem Meißel eine Skulptur zu meißeln. Das war ja mit der Erfindung des Hammers gar nicht vorgesehen. Das heißt, es gibt auch potenzielle Intelligenzen, die daraus resultieren. Allerdings braucht es, um sich zu replizieren, natürlich einen Eingang. Und dieser Eingang, das bedeutet natürlich, dafür brauchen wir ein Netz. Das heißt, ein Netzwerk in unserem Kopf. Und das ist eins der ganz großen Probleme, weil das Virus natürlich versucht jetzt, nämlich die Information oder die Idee, hier in diesem Netz einen Eingang zu finden. Ich komme gleich wieder auf unsere heutige Thematik hier zurück. Das Entscheidende, was wir dabei bedenken müssen, ist, wenn jemand in einem bestimmten Thema ist, wie mein lieber Kollege und Freund Rico, der beispielsweise, wenn ich ihm was EDV-Technisches sage, oder ich würde ihm beispielsweise ein Blatt Papier zeigen mit ein paar EDV-Technischen Informationen, dass er in einer halben Sekunde mehr erkennen kann, als wenn ich zwei Tage davor sitzen würde. Einfach nicht, weil er so wahnsinnig intelligent ist, was ich ihm nicht abstreite, aber weil er eben halt hier Netzfäden bereits hat, wo sich bereits diese neue Information verankern kann. Und hier liegt genau eines der entscheidenden Funktionen, einer der entscheidenden Probleme. Wenn wir nämlich mit neuen Informationen im Prinzip bestückt werden, verfassungsrechtliche, sonstige Dinge und so weiter und so fort, dann brauchen wir natürlich im Vorfeld auch schon in irgendeiner Form eine Grundstruktur an Netzwerk, wo sich diese Information verankern kann, um sich weitere Ausbauten des Netzes zu vollziehen. Das Problem ist gar nicht, ein vorhandenes Netzwerk auszubauen, denn dann ist es ganz einfach. Das Problem ist, neue Fäden anzulegen. Und diese neuen Fäden bedeutet natürlich, dass wir vielleicht auch von unseren alten Paradigmen abrücken müssen, indem wir neue Fäden, das ist ja der Grund, warum es in der Schule auch nicht funktioniert. Weil der Lehrer, der hat ja gar kein Netz vorher angelegt, da gibt es denn kein Netz und die Informationen, die rauscht dann irgendwo ins Nirwana. Und dann steht dann der Schüler und sagt, das ist alles so kompliziert, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Dann kommt dann irgendwann die Erklärung, die wissenschaftliche, ja, das ist halt ein sehr komplexes Thema, das kann man auch nicht so leicht verstehen. Oder das ist halt ein trockenes Thema. Nein, das ist kein trockenes Thema, es gibt nur trockene Referenten. Wenn man im Vorfeld erst einmal die Fäden anlegt, dann ist man auch in der Lage, ein Grundnetz aufzubauen, dann fliegt das auch nicht so vorbei, so wie wir es in der Schule kennen. Wir lernen was auswendig, machen dann unser Abitur und dann sind wir froh, wenn wir es wieder vergessen können. Haben Sie vorher ein Netz, dann ist die Situation so, dass Sie sagen, gehört und verstanden, weil es sich nämlich eingeloggt hat, ist gleich gemerkt und das für ewig. Wenn wir es wollen, für ewig. Und hier liegt einer der ganz entscheidenden Probleme, die wir haben. Und wenn man diese Grundstrukturen versteht, wie wir letztendlich in unserem Kopf funktionieren, dann kann man sich vorstellen, dass man in der Lage ist, das Ganze auch für sich zu nutzen. Denn wir wollen ja Menschen im Prinzip auch gerne nicht zur Freiheit erziehen, nicht zur Autarkie, sondern zum Funktionsträger eines bestehenden Systems. Und das ist das Problem, was wir alle miteinander haben. Birkenbiel beschreibt das zum Beispiel, indem sie sagt, wir werden beispielsweise geboren. Das sind jetzt wir mal so schematisch dargestellt. Und wenn wir geboren werden, haben wir ein unglaubliches Potenzial. Und wenn wir das ausleben könnten, dann würden wir irgendwann ein Homo Sapiens werden, im wahrsten Sinne des Wortes vom Feinsten. Homo Sapiens, nicht HP. Homo Sapiens. So. Das Problem, um hier hinzukommen, haben wir eine Zeitstrecke zurückzulegen. Und in dieser Zeitstrecke kommt meistens was dazwischen. Wir nennen das Erziehung. Und diese Erziehung wird die Blockade und bremst uns aus und macht uns dann zum Durchschnitt. Das ist unser Problem. Und jeder, der außerhalb dieses Durchschnittes sich bewegt, ist entweder krank oder doof. Verrückt. Das ist eines der ganz großen Probleme, die wir haben. Weil wir werden hier runtergefahren. Dafür haben wir Schulen, dafür haben wir Lehrer, dafür haben wir Professoren, Kundenberater, Eltern. Also die ganzen Versager, die so rumlaufen. Und dafür sorgen, dass wir Durchschnitt werden. Wir müssen nämlich genau das werden, damit wir es schaffen, in den Durchschnitt zu kommen. Und das ist ein ganz, ganz gewaltiges Problem, vor dem wir eigentlich stehen. Und ich glaube, unser Schul- und unser Bildungssystem ist eines der entscheidenden Faktoren. Ich werde ja wieder oft darauf angesprochen, auf diese Geschichten, warum wir zum Beispiel momentan so wenig Informationen bringen, an neuen Informationen, im Rahmen irgendwelcher News, die wir machen. Es ist vielleicht schon mal aufgefallen, diejenigen, die die Newsletter von uns erhalten, die merken im Moment, kommt wenig. Wissen Sie warum? Weil passiert im Moment nicht viel. Ich finde, in den letzten Monaten ist relativ wenig passiert, deshalb haben wir relativ wenig Informationen rausgeschickt. Jetzt sagen Sie, was ist es wenig passiert? Die Bundeswehr darf jetzt auf die Bevölkerung losgelassen werden und da sind grausame Fragen. Und ESM steht jetzt so. Ich sage, ja, aber das sind doch nur Symptome. Die haben wir doch längst in der Ursache verstanden. Und jetzt geht es natürlich darum, in dieser Ursache tatsächlich an die Themen heranzugehen. Das heißt, tatsächlich zu versuchen, an neue Themen heranzugehen, nämlich in die Ursache. und wenn wir uns zu sehr mit den Symptomen beschäftigen, zu sehr in die Ablenkung getrieben werden, dann vergessen wir und verlieren im Prinzip die Ursache, die Radikalität. Ich bin ja bekennender Radikaler. Radix, die Wurzel. Ich versuche, an die Wurzel heranzugehen, der Probleme. Das sind ja Radikale. Freie Radikale gibt es ja auch. Ich bin ein freier Radikaler gewissermaßen. Das heißt, ich versuche, an die Wurzeln heranzugehen. Das Problem ist, dass wir es verwechseln mit Extremisten. Und natürlich weise ich jede Form von Extremismus von mir fort. Das große Problem, was wir in der Kommunikation haben, ist, dass wir irgendwann mimetisch dermaßen durchmanipuliert werden, dass wir uns jeder auf einer Insel befinden. Jeder hat so seine Insel der Erfahrung und seiner Erziehung. So, und die Situation ist so, und jetzt kommt ein Zweiter und der hat auch eine Insel, aber seine Insel ist völlig anders. Und jetzt kommt die Kommunikation. Also Kommunikation ist ja eigentlich ein verwirrender Begriff. Oft sind es Monologe im Beisein eines anderen. Das ist wichtig. Ja, das heißt, so, es gibt dann so die Situation, dass man natürlich, weil man überhaupt keine Übereinstimmung findet, dann gibt es eben halt Dinge, wo sie ineinander gehen, beispielsweise die Inseln, dann findet man, wenn man zufällig gerade mit diesem Thema diskutiert, dann sagt man, das ist aber ein netter Kerl, den finde ich aber wunderbar, weil man findet sich wieder, man kann sich sogar riechen, das ist auch interessant, wenn es aber ein Entfernter ist, dann merkt man, mit dem kommt man nicht zu Rande. Das ist sehr häufig. Auch wenn beispielsweise, wir sehen das in den Religionen bei den Missionierern, das ist ja ein großes Problem bei den Missionierern, deshalb sage ich immer, hört auf zu missionieren, stellt euch nicht hin und sagt, ihr habt die Weisheit gefressen, ich habe sie nicht gefressen. Dazu weiß ich zu wenig, das wage ich mir gar nicht an, dass ich sagen würde, ich weiß, wie es geht. Nein, ich kann mein Weltbild vermitteln und das sage ich, okay, so ist es aus meiner Sicht, aber sag es mir gern, wie du es anders siehst. Für viele ist es aber so, lassen Sie sich mal einen Moslem beispielsweise und einen Christen unterhalten, die ja beide in einer Richtung tendieren, mit denen ich persönlich nichts zu tun habe, weil ich denke ja selbst. Und da ist es die Situation, das meine ich ernst, das meine ich ganz böse, das ist meine Denken. Ich erwarte jetzt natürlich eine Form von Toleranz. Da gibt es den Zugbrückeneffekt. Jetzt unterhalten die sich, der hier mit dem hier, dann lässt er mal so ganz kurz die Zugbrücke runter, nach dem Motto, ich höre dir jetzt mal zu, während er jetzt erzählt, aber irgendwann wird es ihm zu gut, dann zieht er sie wieder hoch. Und dann sagt er Stopp. Und dann sagt er, der wartet ja nur, bis der hier Luft holt, und sagt, das sehen Sie völlig falsch, jetzt erkläre ich es Ihnen mal. Einer der entscheidenden Faktoren, meine Damen und Herren, ist zu lernen, zuzuhören und Toleranz zu sein. Das Entscheidende ist eines, ich habe Ihnen mal eine Checkliste aufgeschrieben. Diese Checkliste, die nutze ich auch ab und zu in Kanada. Diese Checkliste soll Ihnen eigentlich die Möglichkeit geben, wenn Sie mit einer neuen, völlig artfremden Information konfrontiert werden, ob Sie herausbekommen, handelt es sich um ein Virus, und wenn, ist es einengend, oder ist es erweiternd? Ist es ein Tool, woraus Weiteres entsteht, oder bremst es mich aus? Ist es totalitär oder nicht? Wenn wir das alle lernen, dann lernen wir unglaubliche Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wie? Masturbation ist okay. Es ist völlig verrückt. Es ist völlig verrückt. Also es kommt jetzt einer mit irgendeiner wilden Aussage. Vermeintlich wild. Jetzt versuche ich also herauszubekommen, ist er gerade dabei, einen neuen Memfilter einzuschieben, oder ist er tatsächlich so, dass er was Ordentliches will mit mir? Halte ich meinen Glauben für richtig oder wahr? Das ist die erste Frage. Ich werde also mit einer Information konfrontiert. Das ist für uns übrigens sehr wichtig, gerade in Anbetracht unserer veröffentlichten Geschichtsbücher zum Beispiel. Die veröffentlichten Geschichtsbücher werfen ja Fragen auf. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit einer Frage konfrontiert würde, die eventuell unerwünschte Antworten geben könnte, dann entsteht ja eine ganz klare Haltung. Und wenn ich mit etwas konfrontiert werde, was mich total auch schocken könnte, wie oder was, sollte jeder für sich erstmal durchgucken. Erstens sollte er gucken, halte ich meinen Glauben für richtig oder wahr? Bin ich der Meinung, dass das richtig ist, dass das wahr ist? Wenn also einer sagt, beispielsweise in der Gründerzeit haben sie wesentlich hässlichere Häuserfassaden gebaut in Berlin, als es heute der Fall ist. Nehmen wir so eine Aussage. Da würde ich zum Beispiel sagen, ihr spinnt. Aber ich habe auch keinen Hang zu irgendwelchen Glasmonstern. Ich mag auch gerne ganz kulturelle Dinge, die sich wieder zeigen und keine Anpassung und Vermanscherei, so wie das heute teilweise nur noch finanziell möglich ist. Aber das hat ja Gründe, die wir fast alle kennen. Aber erstmal, ich gehe ran. So, halte ich meinen Glauben für richtig oder wahr? Ist er tugendhaft, mein Glaube, dass ich das genau andersrum sehe, architektonisch? Nehmen Sie das Wort tugendhaft genau. Da ist die Tugend in der Haft. Also je größer die Tugend, desto kleiner der Kerker. Das müssen wir für uns selbst erkennen, dass wir uns selbst ein Kerker kerkern, je mehr Tugend wir nach außen legen. Das ist wichtig, weil wir das gerade auch in den verschiedenen Religionen werden wir mit Tugenden natürlich auch zugeschüttet, die oft bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr zulassen. Dann ist nämlich die nächste Frage, ist es ein Tabubruch? Ist es ein Tabubruch, diese Frage, diese zentrale Frage, die gerade aufgeworfen wird? In diesem Fall mit den Immobilien wahrscheinlich weniger. Also damit ist die Wahrscheinlichkeit schon fast null, dass es sich um ein Mem handelt und man kann da locker drüber reden. Wenn es aber um andere alternative Geschichten gehen würde, zum Beispiel, ich würde vor 200 Jahren sagen, jedes Kind, welches keine verheirateten Eltern hat, muss dieselben Chancen fürs Leben haben wie ein Kind aus einer ordentlichen Familie. Ja? Da hätten wir mir gesagt, sag mal, haben Sie den jetzt mit dem Nuckel aus dem Urwald gelockt? Was erzählt der da? Das ist ein Kuckuckkind, das ist ein Bastard, der kann froh sein, dass er atmen darf. Wir dürfen es nicht vergessen. Wenn wir vor 200 Jahren nach Afrika, nach Amerika, in den Südstaaten, und hätten dann beispielsweise irgendeinen gefragt von einem Sklaventreiber, hätten gesagt, sag mal, du lässt da Menschen auf den Baumwollfeldern dermaßen übel arbeiten, dann sagt er, das sind doch keine Menschen, das sind Neger. Merken Sie das? Neger. Mem. Merken Sie, da passiert schon was, das sind bestimmte Begrifflichkeiten. So hat er das gesagt. So hat er das gesagt. Wenn ich beispielsweise heute sage, Tiere essen, Tiere essen, weil die meisten Leute regen sich darüber auf und sagen zum Beispiel, wir haben jetzt meinetwegen eine, wir haben ja diesen E10-Benzin, dieses E10-Benzin als Beispiel. Und alle regen sich fürchterlich darüber auf, dass wir aus Nahrungsmittel Benzin herstellen. Und ich sehe das genauso. Es ist unglaublich, dass wir aus Nahrungsmittel Benzin herstellen. Jetzt stelle ich aber die nächste Frage. Sie nicken noch alle? Gleich lässt das nach. Ich sage, wie viel Getreide verbrauchen wir im Jahr von der Weltgetreideernte, um daraus Sprit herzustellen? Und da stellen wir fest, circa drei Prozent. Maximal. Das ist drei Prozent zu viel in Tonnen, eine Riesensumme. Jetzt stelle ich mal die Frage, wenn wir Fleisch konsumieren, also Tiere essen, dann müssen wir ein Vielfaches an Getreide verfüttern, um ein Gegenteil an Fleisch herauszubekommen. Und zwar ein Vielfaches. So, und jetzt kommt's. In diesem Kreis sind viele Gleichgesinnte. Was ich damit sagen will ist, übrigens, wir vernichten durch den Fleischkonsum 30 Prozent der Weltgetreideernte. Das Fleisch ist schon gegengerechnet. Das heißt, 33 Prozent durch Sprit und durch Essen, durch Fleisch essen. So, und das ist ein Drittel der Weltgetreideernte. Ergo der Welthunger liegt am Fleischkonsum. Und jetzt fragen viele mich, was sollen wir denn gegen die da oben machen? Die sind ja viel zu mächtig. Würden Sie morgen aufhören, Fleisch zu essen, ist morgen die Fleischindustrie kaputt. Ich bitte alle um Nachsicht, die jetzt gerade von der Fleischproduktion leben. Deshalb haben wir einen Plan B, wo alle diese Gruppen aufgefangen werden. Ich weiß genau, was da abläuft. Nein, das meine ich ernst, weil hier kommt nämlich das Problem der Verelendungsangst, da komme ich gleich drauf. Das Problem ist nämlich, wenn wir das lernen würden, würden wir auch morgen feststellen, dass die Leute dann im Stund nicht mehr so krank werden, werden plötzlich gesunder. Und wenn sie gesunder werden, geht als nächstes die Pharmaindustrie in die Knie. Spätestens dann können wir anfangen, endlich vernünftige Fragen zu stellen und die Volkswirtschaft nicht darauf reduzieren, dass wir sagen, die Volkswirtschaft besteht aus zwei Vokabeln. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Die eine heißt Wachstum und die andere heißt Sparen. Und Sparen ist noch falsch gewählt, weil es heißt eigentlich Kürzen. Sparen und Wachstum ist die gesamte Volkswirtschaft, eine Wissenschaft, die mit zwei Vokabeln auskommt. Sparen und Wachstum. Spätestens könnte man hier eine ganze Menge, aber Sie hauen hier natürlich gegen bestimmte Themen. Hier, Tabubruch. Tugendhaft, okay, das könnte noch, aber hier wird es interessant. Toleranz. Tolerare. Ertragen, erdulden, erleiden. Ich kann nicht so schön schreiben, ich bin Waldorf-Schüler, ich habe nur mit Wachsmalstiften. Auf jeden Fall ist es so, geht doch noch, ich versuche Sie jetzt am Leben zu halten gegen Abend, weil das war ja ein schwerer Tag. Auf jeden Fall ist es so, Frau Loge hat mich gebeten, es ein bisschen lockerer zu machen. Auf jeden Fall ist es so, Ertragen, erdulden, erleiden. Und da wird es natürlich schon bei manchen Dingen, wenn ich so bestimmte Dinge frage, denken wir an bestimmte Gruppierungen. Wir wollen ja alle beliebt sein. Wir übrigens hier alle vermutlich nicht, weil wir sind ja alle in unseren privaten Kreisen eher unbeliebt. Wir sind ja hier alles Aussätzige. Das ist ja immer das Witzige an diesen Gruppierungen, deshalb finden sich auch so viele Gruppierungen immer wieder zusammen, weil man mit diesen Themen eben halt häufig an dieser Liste schon komplett scheitert. Und wenn Sie ihnen die Liste geben, geben Sie denen die Liste. Können Sie es ertragen, erdulden, erleiden? Wer will schon zugeben, nein, ich kann es nicht. Aber wenn das dann tut, ich kann Ihnen die auch zuschicken, wer Sie fragt, die ist ein bisschen umfangreicher. Also kein Thema, schreiben Sie in die Mail, ich schicke Ihnen das gerne zu. Auf jeden Fall ist es so, man kann dann tatsächlich sich an diese Themen auch heranwagen. Und dazu gehören eben halt alle Themen. Zum Beispiel, dieser Wahnsinn mit unserer unnützten Volkswirtschaft. Das meiste, was wir machen, ist unnötig, das wissen wir alle. Und mir geht es eben halt darum, diese Dinge zu hinterfragen. Aber das können Sie kaum hinterfragen, solange es keinen Plan B gibt, mit dem man die Dinge auffangen kann. Aber mir geht es nochmal um Folgendes dabei. Wir versuchen uns zu separieren, wir versuchen Gruppierungen zu bilden, so wie diese Gruppe auch. Hier, das ist zum Beispiel so, das ist ein Zeichen von der Wissensmanufaktur. Das ist schon wieder so eine Geschichte, die ganz spannend ist. Da gibt es Wissenschaftler, das war Hawkins, glaube ich, der hat ermittelt, wenn Sie eine Gruppe haben von Ratten, Ratten, dann erkennen die sich ja an ihrem Geruch. Und die haben eine Gruppe und sie können im Prinzip innerhalb des Geruches, können Sie so maximal 60, 70 Tiere, können sich selbst auseinanderhalten. dann wird es dann irgendwann eng, weil es dann auch nicht mehr geht. Jetzt nehmen Sie aus einer solchen Gruppe von Ratten mal ein Tier heraus, Pia, du musst jetzt bitte weghören, und waschen diese Ratte ab. Sie reinigen sie von ihrem eigenen Geruch und infizieren sie jetzt mit dem Geruch einer anderen Gruppe, indem Sie die einreiben. Und Sie setzen sie wieder zurück zu ihrem Stamm. Wissen Sie, was dann passiert? Die wird so schnell gefressen, so schnell können Sie gar nicht gucken. Nicht, weil die anderen Hunger haben, sondern deshalb, weil die anderen Leute sie als nicht, als ihre identifizieren. Hier liegt ein ganz zentrales Problem auch im Umgang der Menschen, denn wir stellen fest, dass wir dieselben Symptome zum Beispiel auch im Süden der USA finden, bei den Slums, die verhalten sich ähnlich. Wenn das jetzt für jemanden zu viel ist, hier ein paar erschrockene Gitter, gehen Sie immer hier die Liste durch dabei, während ich das erzähle, dann bleiben Sie entspannt. Was ich nur sage ist, da passiert nämlich oft genau dasselbe. Wissen Sie, es gibt in den Urvölkern die Situation, dass die Leute beispielsweise über die Vertikale ihre Gene verbreitet haben. Löwen bringen die Kinder von Löwinnen, von Konkurrenten um, um eigene Kinder zu produzieren, um ihre Genetik weiter zu verbreiten. Und wir sehen zum Beispiel in Naturvölkern, dass bis zum 16. Lebensjahr große Teile der jungen Männer schon ermordet werden. Das ist auch ein Grund, warum wir so einen hohen Kinderwunsch haben, zum Beispiel in bestimmten Naturvölkern. Und wir finden das auch wieder in bestimmten Slums, die auftauchen. Und wir versuchen immer wieder, Sie sehen ja auch, wie diese Gruppierungen sich untereinander kenntlich machen. Da gibt es die Gangs, die Rocker haben alle eine bestimmte Kutte. Sie müssen sich erkennen. Denken Sie mal, 60er Jahre, 70er Jahre, als die ersten Männer sich einen Metallclip ins Ohr machten. Das war so cool. Die hatten einen Metallding im Ohr, so einen Stift im Ohr, so einen Brillanten oder sonst irgendwas. Damit waren sie natürlich cool. Ganz früher war das nur den Seefahrern vorbehalten. Das Problem ist, heute ist es so, dass so einen kleinen Knopf im Ohr haben mittlerweile schon völlige Biedermänner, die beim Finanzamt sitzen. Was folgt daraus? Wie soll sich die neue Avantgarde dann davon absetzen? Dann hängen die sich überall Ringe rein. Hier ein, da ein, wo auch immer. Es ist, was ich damit nur sage, weil man sucht natürlich wieder seine Gruppe und baut sich auch seine Gruppe auf dieser Basis wieder auf. Meine Damen und Herren, was mir wichtig ist, man kann diese ganzen Mechanismen wunderbar nutzen, weil man weiß, dass man Menschen wirklich wie ein Spielball bewegen kann. Und wenn sie in der Lage sind, Meme zu erkennen, verstecktes Meme, sie hören von einem wissenschaftlichen Experiment und da steht dann drin beispielsweise, da ist das und das möglich und alle sind ganz begeistert und plötzlich kommt die Frage, von wem ist denn das? Wer hat denn das erforscht? und dann heißt es eine Universität in Warschau und alle fallen in die Mund wegen, oh, gar keine richtige Uni, war eine in Warschau. Das ist kein Witz, das ist ein verstecktes Meme. Wenn sie sagen würden, das kommt aus Boston, dann ist das Ding ganz hoch angesiedelt. Kommt das Ding aus Prag, dann ist das minderwertig. Bukarest. Haben die da auch Unis? Ja, verstehen Sie? Es wird diffamiert, wir werden so erzogen und versuchen Sie, diese Meme zu erkennen. Das ist die Geschichte der Memetik, mit der wir hier, ich muss mal gucken, was ich hier noch so habe, ich bin nämlich dabei gerade, eigentlich bin ich dabei, gerade Goethes Faust durchzuarbeiten, aber ich habe jetzt gerade was ganz anderes gemacht und das will ich jetzt Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Ich glaube ganz einfach nur, dass wir die Chance haben, nur dann neue Wege zu gehen, wenn wir mit dieser Liste gemeinsam durchgehen würden. Also nehmen wir einfach mal an, ich komme jetzt mit einem neuen Bild, wie zum Beispiel meine bedingungslosen Grundeinkommen, was viele sehen und so weiter und so fort, meinen, unseren oder ich komme an mit einem fließenden Geldsystem. Dann kommen andere wieder mit ganz anderen Systemen. Die Problematik ist, wo es fehlt, sind häufig eben halt, das ist der größte Fehler hier, der Tabubruch mit dem verzinsten Geldsystem, der entwickelt sich wunderbar im Moment. Denn das Thema ist mittlerweile spruchreif und wird diskutiert. Wir sind also schon einen großen Schritt weiter. Das war bis vor zehn Jahren überhaupt noch nicht möglich. Mit der Tugendhaftigkeit, da ist es manchmal so ein Problem. Wenn ich zum Beispiel die Eigentumsfrage stelle, ich frage mal, die Eigentumsfrage auf Grund und Boden in Bayern stelle, wo die Menschen schon fast eine erotische Beziehung zu ihrer Scholle haben, auf der sie leben, dann entstehen sie relativ schnell und bleiben beim Punkt vier, werden sie rausgekickt. Es kann ja sein, dass wir dazu kommen, dass meine Ansicht an der Stelle sogar falsch ist. Wir müssen nur eines erkennen, wenn wir die Möglichkeiten schaffen, diese Meme zu erkennen. Übrigens am besten bei anderen. Bei anderen kann man es am besten erkennen, wenn der durchmanipuliert ist. Bei sich selbst fällt das immer schwerer. Natürlich fällt das schwerer. Aber wenn man das tatsächlich mal gemacht hat und erkennt, dass eigentlich alle voller Meme, voller Vorurteile und voller Intoleranz sind, dass sie merken, dass gleichgesinnte Gruppen untereinander wirklich Schwierigkeiten miteinander haben, sogar gegeneinander angehen, anstatt zu sagen, lass uns parallel laufen, wir sind zumindest in der selben Richtung unterwegs und stellen fest, dass die Probleme schon mal klar sind. Dass wir dann auch den Frieden reinbekommen, wirklich Lösungen zu finden, statt dass Testosteron, sowas hatte ich ja früher auch mal, im Prinzip unkontrolliert nach oben schießen zu lassen und dann könnte es nämlich relativ schnell gefährlich werden. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, wir spielen auch ein bisschen mit dem Feuer. Um es mal deutlich zu machen, wir sind nicht in einer Krise. Wir befinden uns in einem Dilemma. Ein Dilemma ist was anderes als eine Krise. Eine Krise ist, wenn etwas ins Ungleichgewicht kommt und ich stelle fest, verdammt, ich muss das Gleichgewicht wieder herstellen, ich muss wieder raus aus dieser Krise und jetzt versucht man mit althergebrachten Mitteln immer wieder das Ding wieder ins Lot zu bringen und Einstein hat schon festgestellt, es macht keinen Sinn, einen und denselben Versuch hundertmal zu wiederholen, jedes Mal mit der Hoffnung, dass endlich ein anderes Ergebnis rauskommt. Es wird kein anderes Ergebnis rauskommen, weil wir haben hier eine Grundproblematik. Wir sollten vielleicht auch an bestimmten Stellen hinterfragen, nicht, dass ich das damit an die Seite schieben will, aber als zentrales Thema herausnehmen vielleicht, wie viel Fukushima hält diese Erde noch durch? Wie viele Horizons können noch versinken in diesem Wachstumswahn mit Spareffekt im Hintergrund? Das ist die entscheidende Frage. Meine Damen und Herren, das Dilemma ist relativ einfach zu verstehen. Alles, was wir prognostizieren, läuft auf eine Katastrophe hinaus. Ich habe das in Leipzig mit dem Beispiel genannt, ein Mann, der sich, die Tagespresse ist voll mit solchen Sachen, ein Mann, der sich gleichzeitig zu Blondinen und Dunkelhaarigen hingezogen fühlt, gleichzeitig. So was gibt es ja, habe ich gelesen. Ja, dann heiratet er eine Blondine und dann guckt er anschließend jeder Dunkelhaarigen hinterher. Dann wechselt er und heiratet er dunkelher, Dunkelhaarigen guckt jeder Blondine hinterher. Das ist keine Krise, das ist ein Dilemma. Er muss, um dieses Dilemma zu lösen, schlicht und ergreifend drüber nachdenken, was macht eine Frau eigentlich aus? Und das kann jeder für sich selbst ermitteln und dann wird er feststellen, die Haarfarbe ist es nicht. Und nur so lassen sich Probleme herangehen. Lösen Sie sich von den Memen und lösen Sie sich von neuen Gedankengängen. Meine Damen und Herren, wir haben ein Finanzsystem, welches über 90% der Menschen schädigt. Nachhaltig schädigt, mit einer exponentiellen Funktion eingebaut. Was exponentiell ist, erkläre ich dir noch, Rico. Auf jeden Fall ist das so. Und das Entscheidende ist wirklich, dass wir dieses Problem schlicht und ergreifend angehen müssen. Wir müssen erkennen, dass wir ein Geldsystem brauchen, welches den Menschen dient und nicht die Menschen schädigt. Und zwar alle Menschen schädigt. Auch die 10%, die davon monetär von mir aus partizipieren müssen, insgesamt aber eindeutig geschädigt werden. Gehen Sie nach Sao Paulo oder sonst wohin in irgendwelche Slums und Sie sehen die reichen Viertel, Sie sehen den armen Viertel. Sie wollen in beiden der Viertel nicht wohnen, weil die Reichen leiden mit ihren Bunkern und ihren gepanzerten Limousinen, weil sie Angst haben und die Armen sowieso. Nur ein gleichmäßig verteilter Wohlstand kann bedeuten, dass es den Menschen insgesamt besser geht, auch den Reichen. Das Ganze hat nichts mit Sozialismus zu tun oder Kommunismus, bevor die Keule wieder rauskommt. Zurzeit läuft bei mir gerade die Kommunismuswoche, weil ich werde momentan aus rechts, sogenannten rechten Kreisen, als Moskau-gesteuerter Hochlinker bezeichnet. Weil ich zum Beispiel jetzt im Oktober nach Russland fliege, nach Omsk und verschiedene andere Städte, weil die sich mit unserem Plan B an den Universitäten beschäftigen. Obwohl es ja minderwertige Universitäten sind, kommt ja aus Russland. Das ist unser Denkensystem, das ist das Memen, was wir haben. Da sind brillante Wissenschaftler wie überall oder eben halt weniger brillante wie überall, wie auch immer wir das nehmen wollen. Auf jeden Fall, weil die mussten ja alle durch diese Erziehungsmaschinerie durch. Das ist ja ganz klar. Denken Sie mal an die Schüler, wenn sie anfangen, wenn die Kinder noch fragen und sagen, ich möchte so viel lernen, Mama, wie geht das, Papa, wie geht das, wunderbar. Ich habe ja nun mittlerweile zwei große Söhne und drei Enkel und so weiter. Und dann kommen sie zur Schule und nach drei Jahren sind sie völlig desillusioniert und haben die Schnauze voll in der Schule. Sie wollen nur noch raus. Ja, warum? Weil sie irgendeinen Blödsinn lernen müssen, den sie nicht brauchen. Und das ist zu Recht. Aus welchen Gründen soll ein Kind mehrere Gleichungen mit Unbekannten, anstatt erstmal einen ordentlichen Dreisatz hinzubekommen? Das kriegen sie nicht hin. Als Abiturient nicht. Das heißt, die können einen Birkenpilz nicht von einer Birke unterscheiden. Und das ist das Material, mit dem wir, ja, das ist, das ist das, das sind die Leute, mit denen wir zu tun haben. Und jetzt kommen natürlich bei solchen Durchschnittstypen, die dabei rauskommen, hier, kommen natürlich dann irgendwann die Systeme, man ist natürlich systemkonform, man versucht natürlich in diesen Dingern zu bleiben, alle, die hier im Saal sind, sind alle außerhalb. Also verrückt oder blöd oder eben halt kriminell. Das ist so ziemlich hier so der Fall. So, ich auch. Ja, alle wunderbar. Wir können ganz entspannt sein. Weil wir eben halt freier denken als die meisten. Aber wir sind noch nicht memefrei. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Diese Situationen werden natürlich dann auch gerne von Religionen genutzt. Natürlich. Da sagt mir einer, liest mir ein Buch vor, nennt es wie auch immer, irgendein religiöses Grundwerk, ich will jetzt gar keine nennen, weil sonst hat man wieder Stress, ich habe genug Stress. Und jetzt wird mir die Offenbarung deutlich gemacht und wenn ich dann, das heißt jetzt predigt der und predigt der missioniert mich. Und wissen Sie, was ein Missionärer macht? Übrigens auch, wenn Sie Leute missionieren und versuchen Sie auf das versinste Geldsystem, Eigentumsökonomie oder womit Sie sich beschäftigen, Gesundheit, Tierschutz, Tierrechte, Menschenrechte, all diese Dinge, die durchaus, durchaus ganz, ganz relevante Themen sind in unserer Bildungspolitik, weil jeder hat ja sein Thema. Alleine die Energiefrage. Aber die Frage ist doch gar nicht, wo kommt die Energie hin, sondern wo geht sie hin? Brauchen wir sie überhaupt? Nein, wir brauchen sie nicht. Wir brauchen sie nur, um eine irrsinnige Wirtschaft zu befriedigen, die gar keinen Sinn mehr macht, weil wir gar keine Versorgungsökonomie mehr haben. Das ist unser großes Problem. Und da stecken wir nun drin. Und jetzt fangen wir natürlich, diese Missionierer sind natürlich Leute, die natürlich sich über den Missionierten empfinden. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn mich jemand missioniert, dann sieht er mich als minderwertiges Material, den es aufzutunen gibt, weil ich es noch nicht verstanden habe. Und jetzt erklärt er mir die Offenbarung und das große Glück dieser Erde. Egal welchen religiösen zusammen. Ich will nicht abstreiten. Überhaupt nicht. Das ist jemand, dass jemand für sich persönlich eine Offenbarung erlebt hat. Aber eine Offenbarung können Sie doch nicht missionieren. Wenn Sie mal gelernt haben, Fahrrad zu fahren, dann versuchen Sie mal, jemanden, der noch nie ein Fahrrad gesehen hat, zu sagen, wie das ist, Fahrrad zu fahren. Da können Sie dem missionieren, bis Sie schwarz werden. Da kann der sich gar nichts darunter vorstellen. Der muss das selbst erfahren haben. Wenn einer verliebt ist und sagt, ich erkläre dir mal, wie das ist, verliebt zu sein, dann werden Sie feststellen, wenn der das nie erfahren hat, wissen Sie nie, weiß der nie, wovon Sie reden. Jeder muss seine eigenen Offenbarungen erleben. Wie auch immer er sie für sich definiert. Wir brauchen endlich Vielfalt und keine gleiche Kutte. Wir brauchen nicht alle irgendwo Ringe oder irgendein Zeichen oder Emblem, sondern wir sind Individualisten. Und wenn wir feststellen, dass wir ein Homo sapiens sind, in vielfacher Form, dann können wir auch so frei und entwickelt ein völlig neues System eingehen. Das ist kein Bewusstseinssprung. Das hat was mit Intelligenz zu tun, mit Sachlichkeit. Wir brauchen keinen Bewusstseinssprung. Der kommt danach, wenn wir ein Rahmensystem gebildet haben, das den Menschen dient. Und wir haben ja ein Vier-Komponenten-System. Vier Komponenten bedeutet, bitte nicht verwechseln mit vier Säulen. Vier Komponenten bedeutet, nur dann, wenn die Komponenten zusammenwirken, nur dann funktioniert es. Wenn Sie einen Zwei-Komponenten-Kleber haben, dann klebt das Zeug nur, wenn Sie das Zeug vorher zusammenkippen. Wenn Sie erst den einen untersuchen, werden Sie feststellen, bei Stiftung Warentest, das Ding taucht nicht und kriegt die Note 6, klebt nicht. Nehmen Sie die linke, werden Sie feststellen, klebt auch nicht. Nein, Sie müssen es erst zusammenschütten. Das ist das große Problem, weil wir haben als einer der Hauptthemen das fließende Geld, das heißt, mit einem Umlaufimpuls gesichertes Geld, das den Menschen dient, was endlich kalkulationsstabil ist, weg vom derzeit bestehenden Schwundgeld. Gerne wird dieses fließende Geld als Schwundgeld bezeichnet, wobei das jetzige Geld ist das Schwundgeld, denn wir haben eine Inflation, die unkalkulierbar ist, weil nämlich gerade die Zentralbanken die Möglichkeiten haben, das Geld auseinanderzublasen bis zum Geht-nicht-mehr, in Flare aufblasen. Das heißt also, wir haben ein Schwundgeldsystem und das müssen wir durch ein stabiles, umlaufgesichertes Geld ersetzen, das allen Menschen dient und nicht nur einer kleinen Gruppe und das fängt mit dem Zins an. Wir haben eben nicht ein System, in dem wir eine soziale Marktwirtschaft haben. Stellen Sie sich vor, Sie werden geboren als Sohn eines Milliardärs. Kann sich jeder vorstellen hier. Und Ihnen fließen die Zinserträge zu. Dann haben Sie ungefähr bei einem schlechten Zins zur Zeit lang über 130.000 Zinsen am Tag. Kommt hin, Rico? Circa. In etwa. 130.000 am Tag Zinsen. Also völlig ausreichend für ein gutbürgerliches Leben. Sie haben also mit dem ersten Lebensjahr bereits 50 Häuser mehr als am Tag Ihrer Geburt. 50 Häuser mehr. Mit dem zehnten Lebensjahr haben Sie bereits 500 Häuser mehr als am Tag der Geburt. Und wissen Sie, was das ist? Das ist ein leistungsloses Einkommen. Aber ein leistungsloses Spitzeneinkommen. Wir fordern zum Beispiel ein leistungsloses Grundeinkommen, in dem wir sagen, diese Systematik muss gemeinnützig sein und nicht nur einer kleinen speziellen Elite vorbehalten sein, die ich gar nicht anklage, weil die verstehen das System ja auch nicht. Die sind einfach nur stinkereich, ob die eine Milliarde mehr oder weniger haben, den Unterschied merken Sie in ihrer Lebensqualität nicht. Die fahren dasselbe Auto, fliegen denselben Hubschrauber. Bei uns wird das schon auffallen, wenn da eine Milliarde weniger wäre. Und das Problem ist ganz einfach, wir müssen sehen, das finde ich schon sehr wichtig, dass wir an diese Themen rangehen, das finde ich schon sehr wichtig, dass wir hieraus natürlich ableiten können, die zweite Säule ist das bedingungslose Grundeinkommen, ich lasse jetzt mal das Bodenrecht mal ganz geflissentlich mal mit einfließen, nur wo ich sage, okay, wir brauchen ein Bodenrecht, welches natürlich auch wirklich zur Schuldenfreiheit führt. Ist einer von Ihnen tatsächlich schuldenfrei? Hat einer ein schuldenfreies Grundstück? Das heißt, ist einer von Ihnen von der Grundsteuer befreit? Wer ist von Ihnen von der Grundsteuer befreit? Komplett? Das ist ganz wenig nur. So, natürlich, insofern sind Sie gar nicht schuldenfrei. Wenn Sie fünf Jahre nämlich Ihre Grundsteuer nicht bezahlen, bezahlt, dann nimmt man Ihnen die Scholle weg. Wir haben ein Geldsystem entwickelt mit einem sozialen Bodenrecht, was nichts mit Kommunismus oder Sozialismus zu tun hat. Indem Sie tatsächlich schuldenfrei werden. Lesen Sie gerne mein Buch der Währungscountdown, da gehe ich auf diese Dinge ein bisschen tiefer ein und ich möchte Ihnen auch empfehlen, sich mit dem Hörbuch meines Kollegen Rico Albrecht mit dem Steuerboykott auseinanderzusetzen, denn dort wird in der brillantesten Form werden die Zusammenhänge dargestellt, im Auto ist es ein Genuss, das Ding zu hören, in einer solchen Form werden Sie die Zusammenhänge noch nie gehört haben und auch verstehen können und anschließend geht die Kiste hier auseinander und Sie werden hier genau aus dieser Bandbreite nämlich herausgepresst und zwar ganz natürlich, indem Sie einfach nur zuhören, das funktioniert. Und dann werden auch schon gleich neue Fäden angelegt, sodass Sie irgendwann vielleicht sogar so weit sind, dass Sie auf den Suchtfaktor Jan Hofer in der Tagesschau irgendwann verzichten können, so wie ich zum Beispiel, wo Sie es schaffen, ihn einen Abend mal nicht zu sehen, am Anfang erstmal einen Abend und dann Ja, wir glauben ja, dass wir was verpassen, wir glauben ja, dass das ein Riesenproblem ist, dass wir dann, oh Gott, wir haben die Nachrichten dann nicht mitbekommen, weil Nachrichten kommt ja von Nachrichten, denn wir sollen uns ja danach richten, deshalb heißt es ja Nachrichten und wir hinterfragen es nicht, das sind alles Meme, mit denen wir hier konfrontiert werden und diese Geschichte mit dem ersten Komponente fließendes Geld, zweite Komponente ein soziales Bodenrecht, wenn Sie übrigens fragen, wer bezahlt denn die Zeche dafür, das sind Gott sei Dank keine Menschen, sondern das sind juristische Personen, Konzerne, Kapitalsammelbecken, wir haben es geschafft, in unserer gnadenlosen anthropozentrischen Hybris, um es mal auf Deutsch auszudrücken, zu sagen, die Geburt lässt sich optimieren, wir können auch Personen gebären per Eröffnungsbilanz, man nennt das dann AG oder GmbH, das sind dann sogenannte juristische Personen, das Problem ist, sie haben kein Herz, kein Verstand, keine Seele, sondern sie sind lediglich Konstruktionen, hinter denen man sich verstecken kann und Menschen nach dem Advocatus Diavolo a la Goethes Faust, beschäftigen Sie sich mit Goethes Faust, die meisten halten Goethes Faust leider für einen Boxer im Mittelschwergewicht, aber das ist ein Werk von Goethe, Goethe wird übrigens mit OE geschrieben, ich habe nämlich auch schon andere Sachen erlebt, von einem Abiturienten, ich will das einfach nur sagen, beschäftigen Sie sich mit den Themen und wenn wir dann anfangen im Prinzip tatsächlich uns von den Memen zu befreien und vor allem bei anderen die Meme auch zu entdecken, dann sind wir auch irgendwann in der Lage, unsere eigenen Fehlstellungen, unsere eigenen Filter zu ziehen, wo wir irgendwo immer wieder durchmanipuliert werden und dann schaffen wir es auch freier zu werden und das bedingungslose Grundeinkommen, das ist der dritte Punkt, ist genau wie bei den ersten beiden Punkten, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen letztlich das bedingungslose Spitzeneinkommen, was zur Zeit läuft, ersetzen soll. Wenn dann aber ein bedingungsloses Grundeinkommen fließt, dann hat niemand mehr die Verelendungsangst, auch nicht derjenige, der zum Beispiel am Fleischerstand arbeitet und sagt, okay, wissen Sie, wenn ich sage, Geld verdienen ohne Arbeit, dann sagen 90% der Leute sofort, wie soll das gehen? Dann arbeitet keiner mehr, bleibt jeder zu Hause und wer soll das finanzieren? Wenn ich Ihnen dann aber weiterfrage, würdest du denn die Freizeit in Anspruch nehmen? Dann sagt jemand, nö, ich nicht, also ich arbeite eigentlich ganz gerne, aber ich würde vielleicht was anderes machen. Ja? Ich wohne in Kanada, wie viele von Ihnen wissen, und ich habe dort sehr viele Nachbarn. Und da sind einige dabei, denen geht es finanziell so gut, dass sie eigentlich nicht viel arbeiten müssen, aber die stehen morgens um sieben auf und sind schon im Wald und machen und tun und hacken und machen, weil sie es einfach wollen. Bloß sie machen etwas Sinnvolles. Denken Sie mal an die viele sinnvolle Arbeit, die nicht finanziert wird. Denken Sie mal an eine Mutter. Das ist das Problem, es wird ein rechtes Gedankengut in den Begriff Mutter hinein interpretiert. Eines der wichtigsten Funktionsträger, die wir überhaupt haben auf der Erde, ist die Mutter. Das Problem ist, sie hat nicht das entsprechende Ansehen. Warum kriegt eine Mutter nicht für jedes Kind 5000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen im Monat? Bei drei Kindern sind das schon 15.000. Ist doch kein Thema. Was meinen Sie, wie schnell wir die Rentenprobleme gelöst haben? Ich meine das ernst, das ist doch alles gar kein Thema, Geld ist da. Das Geld ist da. Und viele glauben, es ist sarkastisch gemeint oder absurd. Nein, das ist mein Ernst. Das Geld ist tatsächlich da. Was meinen Sie, wie viel Geld sich da draußen im Umlauf befindet von Leuten, die es nicht brauchen, die so reich sind, dass sie schon wieder unglücklich sind, die können sich nur dem Psychiater leisten, während sich der Hartz-IV-Empfänger eben halt früher schon umbringt, ein paar Tage aber auch nur. Das bringt nicht viel. Die sind doch alle, die Morphogenetik der Menschen, das geht doch ineinander über. Wenn wir nicht alle lernen, miteinander vernünftig umzugehen, aber nicht im Sinne eines Bewusstseinssprungs, dass wir sagen, so, jetzt warten wir auf Maya, jetzt warten wir auf dies, jetzt warten wir auf jenes. Nein. Das Böse ist auch sehr stark. Wenn Sie eine Kartoffelkiste haben mit frischen Kartoffeln und Sie legen eine schlechte oben drauf, dann werden die ruckzuck alle schlecht. Andersrum geht es gar nicht. Ja, es ist interessant. Und solange wir tatsächlich eine Situation haben, in der nur eine schlechte Kartoffel in der gesamten Systematik vorbei ist, wird alles verdorben. Nein, wir müssen mit klarem Sachverstand, mit mathematischen Grundkenntnissen, mit klarem, ganz logischen Verstand ein System entwickeln, in dem wir, und das haben wir getan, eben halt auch die Eigenschaften der Menschen berücksichtigen, die wir als Gemeinde nicht so positiv bezeichnen. Gier, Missgunst. Aber zurzeit führt ja die Gier immer dazu, dass automatisch andere dadurch geschädigt werden. Warum bauen wir kein System, in dem jedes Mal, wenn einer gierig ist, dass er am meisten bekommt, weil er so gierig ist, aber alle anderen automatisch davon mitpartizipieren müssen. Systembedingt. Alles machbar. Alles machbar. Und den Plan B, den wir entwickelt haben, der sich mit diesen vier Komponenten auseinandersetzt, bis hin zur letzten, also nochmal die drei, fließendes Geld mit Umlaufimpuls, welches der Gemeinheit dient, soziales Bodenrecht, wo tatsächliche Schuldenfreiheit möglich ist, klingt alles so wie ein Schlaraffenland. Nein, ist alles ganz logisch. Wir müssen es nur tun. Und das dritte ist das bedingungslose Grundeinkommen, was dann dazu führt, dass viele Leute nämlich wirklich sinnvolle Arbeiten machen und dann auch vielleicht bestimmte Arbeiten endlich angemessen honoriert werden, wie zum Beispiel einen Mensch, der einen alten Menschen pflegt oder in den Tod begleitet, dass der selbstverständlich aufgrund seiner höherwertigen Arbeit mehr verdient als ein Bankdirektor. Das versteht sich doch von selbst, weil der macht eine sinnvolle Arbeit. Und der vierte Punkt ist dann eben halt die freie Presse. Wir brauchen endlich eine freie Presse. Keine Pressefreiheit, die haben wir. Herr Springer, wir haben eine Pressefreiheit. Herr Springer hat die Freiheit, alles zu drucken, was er will. Glauben Sie es mir. Der ist nirgendwo eingeschränkt. Aber ich hätte gern eine gemeinnützige Pressefreiheit. Alle sollten irgendwo tatsächlich objektive Informationen bekommen und das geht nur durch Meinungsvielfalt und durch Transparenz. Es kann nicht sein, dass wir eine Pressefreiheit haben, die Presseorgane aber selbst in Firmenkonstruktionen durch ganz klare Führungsstrukturen gefangen sind, sodass ein investigativer Journalismus und so weiter nicht möglich ist und beispielsweise alternative Medienplattformen, wie wir sie hier auch in der Vertretung zum Teil haben, nicht die Tagesschau um 20 Uhr einmal gestalten dürfen. Warum darf ich nicht durch die Wissensmanufaktur nicht beispielsweise einmal im Monat an einem Montagabend von mir aus um 20 Uhr auf ARD-Frequenz die Nachrichten machen? Das wäre ja meine Idee. Wovor hat man Angst? Stattdessen überlegt man, ob man solche Querdenker verbietet. Und denken Sie an die Sekten, denken Sie an die Gruppierungen, die sogenannten extremistischen Gruppierungen. Glauben Sie allen Ernstes, Sie eliminieren die Probleme, wenn Sie irgendetwas verbieten? Die Prohibition in den USA hat deutlich gezeigt, dass durch das Verbot von Drogen und von Alkohol erst eine mafiöse Struktur sich entwickeln konnte, wodurch überhaupt die gesamten Drogenabhängigen entstanden sind. Wenn Sie eine NPD beispielsweise verbieten, ja glauben Sie, dann hören die auf, dann machen die im Untergrund weiter, bloß dann haben wir gar keine Kontrolle mehr über sie. Das macht doch gar keinen Sinn, unabhängig davon, ob die jetzt nun in die eine oder andere Richtung gehen, völlig egal. Wo ist das Problem? Wir können doch nicht allen Ernstes etwas verbieten. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wäre es eventuell möglich, darüber nachzudenken, Drogen zu legalisieren? Ich lege hier schnell wieder auf, dass Sie gleich mitmachen jetzt, falls da jetzt gerade was passiert bei Ihnen. Schön mitmachen hier. Bleiben Sie hier unten noch bei Punkt 4 hängen im Moment. Können Sie dieses Thema, dieses zentrale Thema, überhaupt erdulden, ertragen, darüber zu sprechen? Wie auch immer? Ich will damit nur sagen, dass ich nicht möchte, jetzt als Missionierer in einer anderen Richtung aufzutreten, sondern ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, eine große Freiheit und eine große Vielfalt in sich selbst zu bekommen und die sollte bei jedem anders sein. Bei jedem anders. Keiner sollte meine Meinung adaptieren, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die passt zu mir, auf meinen Erfahrungen ist die gewachsen und so weiter. Sie haben alle andere Erfahrungen und sie haben alle ihr Ding. Aber wenn Sie versuchen, bei sich und bei den anderen, auch in Ihrem Umfeld, die Meme, die Manipulation, die Filter zu ziehen, dann werden Sie dichter an die Situation der Wahrheit rankommen und Sie können dann irgendwann sogar ganz auf Jan Hofer verzichten. Irgendwann kommt Sie sogar, dass Sie so weit sind, dass Sie bei der Tagesschau Würgeinstinkte haben. Ja, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist. Ich habe das vorgestern gehabt in einer... Ja, es ist so. Ich habe das vorgestern gehabt in einer Talkshow, die ich gesehen habe, das war eine zerebrale Dysfunktion par excellence. Also das war wirklich gar nicht zerebrale Diarrhoe, können Sie auch dazu sagen, wie Sie auch das nennen wollen. Auf jeden Fall war das schon ein äußerst geistiger Tiefflug, aber auf allen Ebenen. Aber alle spielen mit. Und das, was der Herr Ulfkotter heute sagte, dann wird er eingeladen in eine solche Talkshow, um als Dummy da zu stehen, um sich dann im Prinzip abwatschen zu lassen von sechs Statisten, die alle in derselben Richtung unterwegs sind, alle Schauspieler sind, wir nennen sie ja immer Politikdarsteller. Wir beziehen uns da auf Ihren Ministerpräsidenten hier in Bayern, der ja nun gesagt hat, das werden Sie ja nun alle wissen, diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden, wurden nicht gewählt. Also wenn ich sage Politikdarsteller, dann ist das, ist die Quelle Herr Seehofer und kein Geringer hier. Mehr, 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 mehr Argumentationen für einen Politikdarsteller können Sie nicht haben. Das soll aber nicht heißen, dass jeder, der in der Politik ist, glücklich ist über diese Situation. Ich kenne unglaublich viele Menschen, die in ihrer großen, mit bestem Wissen und Gewissen alles versuchen wollen, um politisch aktiv zu sein. Ich habe neulich in Kanada nun viele Vorträge, ich habe viele Bundestagsabgeordnete, übrigens von den Linken, die sich von mir teilweise beraten lassen, das sind die, die gerade gegen uns da draußen demonstrieren, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen. Und wissen Sie was, wenn Sie mit denen hinter den Kulissen sprechen, dann sprechen die selbst vom Selbstbedienungsladen im Parlament. Das sind Selbstbedienungsladen, die werden einfach, das sagen sie selbst, da werden Gelder rausgeblasen, das können sie sich nicht vorstellen. Wenn ich hier Daten freigeben würde, die ich gesammelt habe, über Geldverschwendung alleine, unsere Steuergelder, da würden Sie hier alle wirklich mit dem Testosteronstau rausgehen und das möchte ich nicht. Aber nicht so ein, wie man sich den wünscht, einige lächeln gerade. Und das ist genau die Problematik, die wir haben. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, gehen Sie auf unsere Seite, wissensmanufaktur.net, sehen Sie sich immer wieder mal sogar dieselben Filme an, weil wir momentan keine großen weiteren neuen Filme reinbringen und sehen Sie sich vor allem den Plan B an, hören Sie den Steuerbakot, lesen Sie auch den Währungscountdown, wo die Zusammenhänge wirklich deutlich gemacht werden oder auch andere Bücher, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, wir haben da ein bisschen was und wir versuchen es deutlich auch zu machen, wie die Zusammenhänge funktionieren. Ich glaube, wir können es schaffen, uns allen davon zu befreien, in dem Moment, wenn wir die Individualität jedes Einzelnen wiederfinden, haben die zentralistisch geführten Systeme Schwierigkeiten. Wir kommen aus dem Germanien, Germanien hat nichts mit Deutschland zu tun, die germanische Lebensordnung ist eine Lebensordnung, die die alten Germanen, das waren die Goten, das waren die Normanen, die Götterlieder der älteren Edda sind in altisländisch verfasst und so weiter, das hat nichts mit Deutsch zu tun, auch dort herrscht unglaublich viel Fehlwissen, weil wir sehr schlampig mit den Vokabeln umgehen und wir wissen überhaupt nicht, was überhaupt etwas bedeutet. Und das germanische System, so wie wir aufgebaut sind, in unseren Breiten und die vielen, das möchte ich auch ganz klar sagen, ich möchte ganz deutlich auch hier sagen, wie willkommen mir die Ausländer sind, die bereits hier sind. Wir müssen einfach nur die Frage stellen dürfen, warum sind sie hier? Weil sie eben halt hier ganz klar Perspektiven haben, die sie woanders vielleicht nicht bekommen. Und was ist jetzt wiederum die Ursache, dass sie dort keine Perspektiven haben? Und wir kommen wieder alle auf die Systemfragen zurück. Wir dürfen auf gar keinen Fall uns an den Ausländer hier vergreifen, der jetzt plötzlich verantwortlich ist. Der ist nicht verantwortlich. Der ist auch nur ein Symptom und ein Opfer, genau wie die Linken und die Rechten. Die Linken und die Rechten gehören zur selben Gruppe. Es gibt keinen Unterschied zwischen links und rechts. Das erklärt man uns nur. Das System heißt, ihr streitet, ich herrsche. Besser als teile und herrsche. Wenn wir das verstehen, dass es kein links und rechts, sondern ein oben und unten gibt. Wir haben uns in unserem Institut mit der Thematik des Plan B und wir haben uns vor allem auch damit beschäftigt, wie dieser Plan B umsetzbar ist. Das liegt nur an uns. Und viele Leute kommen und sagen, was soll ich denn dagegen tun können? Ich habe gerade schon was gesagt. Überlegen Sie heute Abend mal das Schnitzel und gehen Sie morgen mal am Fleischstand vorbei. Und in Zukunft jetzt immer. Sie haben schon eine Hand. Beispiel. Nur ein Beispiel. Das ist kein Aufruf zur Gewalt, sondern ein Aufruf zur Gewaltlosigkeit. Und das in jeder Beziehung. Das ist mein Mähm, was ich jetzt habe. Das ist übrigens auch ganz klar. Ich bin ganz deutlich da auch vorgeprägt, weil ich eben halt das kaum ertragen kann, was hier gerade auch in unserer Welt abläuft. Aber immer die Frage, was können wir denn gegen die da oben tun? Wissen Sie, mein Standardbeispiel kennen viele, wenn Sie mal eine Nacht mit einer Mücke in einem Schlafzimmer verbracht haben in einem Sommer? Dann wissen Sie, was ein einfacher Organismus alles ausrichten kann. Wenn wir uns heute vorstellen, dass diejenigen, die diese Systeme betreiben, in dem Glauben, dass sie davon partizipieren, was sie nämlich gar nicht tun, weil sie genauso unglücklich dabei werden und wir lernen, kommunizieren, aber nicht mit dem Zugbrückeneffekt, sondern kommunizieren im Sinne von zuhören und sprechen. Ich glaube, dann werden wir eine Lösung finden. Meine Damen und Herren, schließen möchte ich, das ist schon rum, mit einem kleinen Gedicht, was ich schon mal gemacht habe, Gebetgedicht von Rudolf Steiner. Ich bin ja alter Waldorf-Schüler. Und das ist ein Gebet. Ein Gebet von Rudolf Steiner, der vor allem Gott nicht als Person und auch nicht irgendwie in dieser Form dieser religiösen Zeremonien, wie wir sie hier abzuleisten haben, sondern in Form der großen geistigen Kraft, wie er sie darstellt. Und Waldorf-Schüler kennen das alle aus dem Morgengebet. Ich habe das schon mal gemacht. Ich bin gefragt worden, ob ich es noch mal machen könnte. Ich habe gesagt, na klar. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern, die Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlend leben, in der der Mensch beseelt dem Geiste Wohnung gibt. Ich schaue in die Seele, die mir im Inneren lebt, der Gottesgeist erwebt. Im Sonn- und Seelenlicht, im Weltenraum da draußen und in Seelentiefen drinnen. Zu dir, o Gottesgeist, will ich bittend mich wenden, dass Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Inneren wachse. Ich danke Ihnen. Danke. Danke schön. Danke. 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 Danke schön. Danke. Danke. Danke.